Herzlich Willkommen beim Vegan Street Day 2014 in Dortmund. Bereits zum neunten Mal in der Dortmunder Innenstadt feiern wir das Rheinvegane Straßenfest mit ungefähr 100 Ausstellern und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Kochshows, Infostände, Essensstände, jede Menge für Kinder und für große und kleine Gäste haben wir hier ein Programm, das zeigen soll wie einfach eine tierfreundliche vegane Lebensweise ist. Ich bin Markus, bin vom Beruf her Ernährungsberater, seit einigen Jahren im veganen Bereich unterwegs, habe mich dort zum Vortragsredner und Dozenten entwickelt zu den Themen, warum eigentlich vegan, was für kulturelle Hintergründe gibt es, aber eben auch gesundheitliche Hintergründe gibt es und heute bin ich als Eventkoch hier auf dem vegan street day. Unter anderem werde ich dabei eine würzige Pfeffersalami machen im Pfeffermantel. Hallo, mein Name ist Friederike. Ich arbeite als Philosophin in Berlin an der Uni und werde heute Abend auf dem vegan street day einen Vortrag halten zu den Grundgedanken der Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsbewegung und wie sich das vielleicht auch mit anderen Befreiungs- oder Emancipationsbewegungen in der Gesellschaft überschneidet und weiter verbinden sollte. Musik 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 Unser Highlight Die vielen Menschen. Dass einfach so viele gegenwärtig waren. Was für verschiedene Menschen überhaupt. Das war richtig toll. Ich habe die Handsaboteurs aus England getroffen. Ich glaube, ich werde mich demnächst anschließen. Das Bühnenprogramm, die Kochshow war super. War schön. Also das einzige Manko war eigentlich, dass es so viel gab, was man machen wollte, was man probieren wollte, dass man nicht alles machen konnte. Meine Vorstellung, dass vegane Menschen sehr harmonisch und sehr gelassen sind, sich wieder bestätigen kann. Musik Musik Der Weekend Street Day 2014 in Dortmund ist vorbei. Es war ein gigantischer Tag. Der Andrang war riesig. Es war ein sonniger Tag mit unzähligen Besuchern. Wir sind mehr als zufrieden und bedanken uns vielmals bei allen, die dabei gewesen sind. Musik 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 Das ist für mich, was ich... Das ist für mich. Musik 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 Musik